Seine Welt sind die Finanzen, Aktien und andere Assetklassen. Ich freue mich ganz herzlich, Andreas Dagersan bei mir begrüßen zu dürfen von Citywire bei einer neuen Ausgabe von Get Your Expert. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ihre Welt sind Aktien, Finanzen. Was fasziniert Sie an diesen Assetklassen? Ja, ich bin schon sehr lange in der Finanzwelt unterwegs. Ich bin direkt nach dem Studium, ja, ich war auch im Studium an der Börse bereits tätig, damals noch auf dem Parkett in Frankfurt sogar, was es jetzt mittlerweile nicht mehr gibt durch den elektronischen Handel. Es war schon immer eine Leidenschaft von mir, die Finanzmärkte, insbesondere Aktien, mittlerweile auch andere Assetklassen. Ja, der Puls der Märkte, die Nachrichten, die sofort umgesetzt werden in Kursveränderungen, die Unternehmensbewertungen, die Vorstände der Unternehmen kennenzulernen, deren Strategie. Und die Finanzmärkte bieten jeden Tag etwas Neues. Die Finanzmärkte schlafen nicht, sie blicken voraus. Das ist das Schöne, man ist oft anderen voraus, indem man die Finanzmärkte verfolgt. Und das war schon immer meine Leidenschaft, die ich dann auch zum Beruf gemacht habe. Sie waren an der Börse, als die Börse noch war. Wie die Börse? Kann man sich das tatsächlich so wie in den Filmen vorstellen? Laut, wo es innerhalb von Sekunden Entscheidungen getroffen werden müssen, wo so dieses Kribbeln auch da ist? Ja, es ist definitiv damals so gewesen, als es den Parketthandel noch gab, auch mit den Zetteln und mit dem Papierumfeld. In Deutschland wurde das dann relativ schnell abgeschafft und auf elektronische Börse umgestellt. In den Vereinigten Staaten hat das länger gedauert oder dauert auch noch teilweise an. Dort gibt es immer noch teilweise Präsenzbörsen, aber auch nicht mehr so viel. Aber im Endeffekt ist es so, selbst wenn man im Büro sitzt, man hat die vielen Bildschirme, man ist mit vielen Kollegen zusammen. Die Geschwindigkeit ist sogar noch schneller geworden. Es ist noch hektischer geworden. Es fließt noch mehr Geld durch die Märkte. Von daher ist es eigentlich noch deutlich in Anführungszeichen lauter, aber auf einem anderen Weg. Und durch die elektronischen Medien sind wir natürlich alle sehr gut vernetzt. Auch zu den Handelsräumen, wenn man im Asset Management, im Fondsmanagement arbeitet, mit den Handelsräumen der großen Investmentbanken. Und von daher sind die Leute immer sehr, sehr gut, sehr schnell, sehr transparent informiert. Und das ist das A und O natürlich am Finanzmarkt. Die Börse war das eine. Heute sind Sie bei CityWire. Dazwischen gab es auch einige Stationen. Was waren so die Meilensteine? Ich würde sagen, die Meilensteine waren an sich der Umbruch von einem rein lokalen Aktienengagement, was man noch in den 90er Jahren teilweise hatte, wo man hauptsächlich deutsche Aktien angelegt hat oder jeweils im jeweiligen Land hin zu europäischen Aktien oder globalen Aktien, was ich damals im Münchner Rückkonzern mit begleitet hatte. Und das war sicherlich ein Meilenstein in der Transformation. Sicherlich auch viele Übernahmen, viele Fusionen, M&A-Aktivitäten, in denen wir auch involviert waren. Das waren natürlich schon Meilensteine. Ich habe jetzt gar nicht gemeint in den Finanzmärkten, sondern Ihre beruflichen Meilensteine. Ja, das war im Zuge dessen dann auch so, dass es dann mein Meilenstein war, dass ich von in der Münchner Rück dann irgendwann zum Leiter im Portfolio Management aufgestiegen bin. Das waren so die Grundlagen, die ich muss sagen, das Fundament meiner Karriere. Ich habe dann auch dort ein tolles Team geleitet. Wir waren sehr erfolgreich im Aktienbereich. Und irgendwann dann kommt natürlich der Drang oder der Wunsch sich auch mal zu verändern, was ich dann auch gemacht habe. Ich habe dann einige andere Stationen noch besucht, auch dort im Portfolio Management, im Fonds Management. Bin dann selbst als Investor tätig gewesen und bin es auch immer noch. Und habe dann den Weg zu Citywire parallel gefunden, was ja eigentlich ein ganz anderes Metier ist. Citywire ist ja eine Plattform, die quasi die Finanzindustrie vernetzt. Die gesamte Finanzindustrie hat irgendeinen Bezug zu Citywire. Und das ist das Schöne bei Citywire. Auf globaler Ebene sind wir mit Fondsmanagern, Assetmanagern, Family Offices, Wealthmanagern verbunden. Und man hatte dann den Gedanken, naja, warum nehmen wir nicht jemanden auch aus der Industrie, der hier beispielsweise das Geschäft für Deutschland, Österreich, Schweiz leitet. Und so bin ich dann zu Citywire gekommen. Wir haben da eine Symbiose gefunden, dass ich mehr Content dort einbringe, mehr Know-how, mehr Aktienwissen. Und auf der anderen Seite ich das auch transformieren kann in Publikationen, in unsere Veranstaltungen, in neue Veranstaltungen, die wir planen. Über Ihre Expertise werden wir gleich zu sprechen kommen. Abschließende Frage, was fasziniert Sie momentan am Finanzmarkt? Es ist ja gerade alles wieder im Umbruch, in der Veränderung befindet sich das Jahr. Ja, wir sind einerseits in einer guten Zeit, weil die Börsen auf Allzeithochs, auf Rekordständen stehen, also zumindest die Aktienmärkte. Auf der anderen Seite bekommen die Leute keinen Zins mehr, die Zinsen sind negativ. Und die Notenbanken drucken massiv Geld und darauf komme ich dann später auch noch zu sprechen. Was an sich eine etwas ungesunde Situation und Konstellation ist. Ich sage das so ein bisschen salopp, man ist auf Drogen. Die Finanzmärkte sind mittlerweile quasi auf Drogen. Die Notenbanken sorgen dafür und wenn irgendwann mal der Entzug käme, hätten wir große Probleme. Dann sage ich an dieser Stelle Danke für das Interview. Ich hoffe, Sie sind dabei bei vielen Themen, wenn es um die Finanzwelt geht. Mit Andreas Dagazan bei einer neuen Ausgabe, wenn es heißt Get Your Expert. Mit Andreas Dagazan bei einer neuen Ausgabe, wenn es heißt Get Your Expert. Mit Andreas Dagazan bei einer neuen Ausgabe, wenn es heißt Get Your Expert. Untertitelung des ZDF, 2020